Ich habe gerade etwas gefunden, was ich bisher noch nie gesehen habe. Schaut euch das an. Das ist ein Einsiedlerkrebs. Schaut euch diese Größe an. Schaut euch meine Hand im Vergleich an. Das ist ein wirklich gigantisches Ding. Dieser Einsiedlerkrebs kann sich nicht einmal zurückziehen, da alles zu klein ist. Das ist ein Schuss. Das ist ein Interesantes Tier.